Hallo, mein Name ist Stefan Kuller und ich bin einer der Hauptautoren im Projekt Mathe für Nichtfreaks. Dies ist eine freie und offene Lehrbuchreihe der Hochschulmathematik, die ihren Fokus darauf gesetzt hat, mathematische Konzepte und Sachverhalte möglichst einfach und verständlich zu erklären. Dabei sind wir bereits jetzt sehr erfolgreich und können jährlich vielen tausenden Studierenden helfen. Dies zeigen die hohen Zugriffszahlen, die wir in unserem Projekt verzeichnen. Nun haben wir aber leider das Problem, dass man auf unsere Lehrbücher quasi nur online zugreifen kann. Es gibt keine schöne PDF-Version. Eine solche PDF-Version ist aber notwendig, damit wir nicht nur langfristig auch eine Printausgabe anbieten können, sondern auch um endlich Studierenden die Möglichkeit zu geben, unsere Lehrbücher sich selbst auszudrucken. Deswegen wollen wir mit eurer Hilfe eine solche PDF-Version selbst programmieren. Die dafür notwendige Software werden wir natürlich unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung stellen, sodass auch andere Bildungsprojekte die Möglichkeit haben, davon zu profitieren. Auch wollen wir die Software so gestalten, dass wir später in einem nächsten Schritt auch eine E-Book-Version von Mathe für Nichtfreaks anbieten können. Nun sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Bitte unterstützt dieses Vorhaben beim Förder-Award 2016. Das Preisgeld von 3000 Euro wollen wir benutzen, um einen Programmierter anzustellen, der die notwendige Software programmiert. Gebt uns also bitte eure Stimme und helft so vielen Tausenden Studierenden beim Verstehen der Hochschulmathematik.